Wir hätten das natürlich gerne mit Minister Faßmann besprochen, er wollte allerdings heute nicht zu uns kommen. Deshalb begrüße ich jetzt den Generalsekretär, also den obersten Beamten des Bildungsministeriums, Martin Netzer, live in unserem Interviewstudio. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Sektionschef, 11. Jänner, Schulstart 18. Jänner, nach den Semesterferien, jetzt am 25. Jänner vielleicht aber auch nicht. Wer soll sich denn da noch auskennen? Ich verstehe, dass das in der Öffentlichkeit sich so darstellt, dass wir hier mit sehr unterschiedlichen Terminen operieren. Was ist aber unser Ziel dahinter? Und das ist ein Balanceakt, dass wir in gute Übereinstimmung bringen die Sicherheitskonzepte, die Präventionsmaßnahmen, die wir den Schülerinnen und Schülern schuldig sind, aber auch den Lehrern und den wichtigen Anspruch auf Bildung. Und die Pandemie erfordert von uns leider Gottes ein ständiges Nachjustieren. Der Herr Gesundheitsminister hat es gerade in ihrem Beitrag auch sehr schön zum Ausdruck gebracht. Einfach zur Tagesordnung überzugehen geht leider auch im Schulbereich nicht. Und deswegen müssen wir leider Gottes uns immer wieder neue Konzepte überlegen, damit wir Schule durchführen können. Und das neueste Konzept ist jetzt der 25. Jänner, aber welchen Sinn hat es aufzusperren, wenn mehr als ein Drittel der Schüler dann gerade noch fünf Tage Schule haben, im Schichtbetrieb vielleicht nur zwei Tage in der Schule sind und dann sind schon wieder Ferien? Ich halte es für ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich nach diesem langen Lockdown, vor allem für die Oberstufen, noch einmal treffen zum Schulschluss. Das ist wie ein Etappensieg und da können auch alle jungen Menschen stolz darauf sein, dass sie diesen Etappensieg gemeinsam mit ihren Lehrern erreicht haben. Ich halte es für ganz wichtig jetzt vor der Schulnachricht, vor dem Halbjahreszeugnis, dass die jungen Menschen sich noch einmal treffen können, noch einmal mit ihren Lehrern treffen können und gemeinsam sozusagen Atem schöpfen können, um dann für den weiteren Schulbetrieb ab dem 25. in Folge auch nach den Semesterferien hoffentlich gemeinsam sich auf die nächste Etappe auf den Weg zu machen. Also es gibt keine Überlegung, die Semesterferien ausfallen zu lassen? Das ist für uns keine Überlegung. Wir halten es für wichtig, so viel Normalität wie möglich im Schulbereich aufrecht zu erhalten. Da haben sich viele darauf eingestellt und es ist auch wichtig, die Leistungen anzuerkennen. Es heißt ja nicht Distance Learning, dass kein Schulbetrieb war, sondern im Gegenteil, das war ja besonders herausfordernd für viele Schüler, für viele Lehrer, auch für viele Eltern. Das können Ihnen auch viele Eltern bestätigen, dass Distance Learning alles andere ist als Ferien. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier dieses Stück Normalität haben. Und die Semesterferien einhalten. Aber, und das ist mir ganz wichtig hinzuzufügen, wir werden uns überlegen, welche Angebote wir bereitstellen können für Eltern, die in dieser Zeit eine Betreuung brauchen für Schüler, die einen Nachholbedarf vielleicht haben, wie wir die unterstützen können, auch in den Ferien. Man könnte die Semesterferien ja auch für alle in die letzte Jännerwoche vorverlegen und dann in ganz Österreich am 1. Februar mit der Schule anfangen. Das klingt in der Theorie recht gut. Wir wissen aber, mit 1,1 Millionen Schüler und ihren Eltern sind solche Konzepte so kurzfristig nicht zu machen. Aber Sie stoßen doch die ganze Zeit Konzepte um. Also Sie haben gerade heute den Schulbeginn um eine Woche wieder nach hinten verlegt. Aber Herr Wolf, das ist ganz was anderes, etwas, was die Eltern sich bereits darauf eingestellt haben. Auf Ferien stellen sich wirklich Eltern ein, stellen sich Schüler ein, stellen sich Schulen ein. Das dann so kurzfristig über den Haufen zu schmeißen, funktioniert definitiv nicht. Es haben sich auch viele gefreut, sozusagen der Skifahr anzugehen. Wir kennen alle sozusagen auch den Bedarf, sich in die Natur hinaus zu bewegen. Auch das ist wichtig für Schülerinnen und Schüler, in dieser Rhythmisierung sich bewegen zu können. Glauben Sie, dass viele Familien auf Urlaub fahren werden in der Semesterferien dieses Jahr? Es werden nicht viele auf Urlaub fahren, aber wir haben ja nicht nur Ballungsgebiete in Österreich. Es sind ja viele sozusagen außerhalb der Ballungsgebiete, die werden das nutzen können. Hier sind wir auch in einer Balance natürlich mit den anderen Lebensbereichen. Das geht so kurzfristig nicht. Also definitiv nicht, das wissen wir auch von den Elternvertretern, das wissen wir von den Schülernvertretern, dass so kurzfristige Konzepte nicht funktionieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir für die, die es brauchen, die das in Anspruch nehmen möchten, Angebote bereitstellen, aber die, die Ferien machen möchten, das auch ermöglichen. Sollen Schüler, die teilweise seit zweieinhalb Monaten nicht mehr in der Schule waren, wirklich ein ganz normales Halbjahreszeugnis kriegen? Ist das sinnvoll? Ein ganz normales Zeugnis wird es nicht werden, Herr Wolf. Das ist ganz klar. Hier werden die Lehrerinnen und Lehrer mit anderen Maßstäben beurteilen, beurteilen müssen und das auch tun. Aber es ist wichtig, ein Zeugnis zu bekommen. Viele Schülerinnen und Schüler wechseln dann in eine Oberstufe, wechseln an eine HTL, gehen in eine andere Schule. Hier ist es auch wichtig, denen diese Nachweise zu geben. Und das halte ich für genauso wichtig. Viele Schülerinnen und Schüler brauchen ein positives Feedback. Da sind wir den Schülern schuldig, zu sagen, das ist toll, was ihr hier geleistet habt in diesem Semester. Gut, positives Feedback muss ja nicht unbedingt eine Zeugnisnote sein. Aber jetzt hat da im Dezember der Bundeskanzler hier im ZIB2-Studio erklärt, dass ein Schichtbetrieb in den Schulen nicht umsetzbar wäre, weil ja viele Kinder jetzt auch zur Betreuung in der Schule sind. Und was soll mit denen passieren, wenn kein Unterricht ist? Jetzt planen Sie aber doch einen Schichtbetrieb ab 25. Warum ist es jetzt doch umsetzbar? Wir versuchen wirklich, diesen Balanceakt hinzubekommen. Auf der einen Seite Bildung zu ermöglichen und auch die soziale Dimension von Bildung zu ermöglichen. Frau Professor Spiel hat ja gerade in den vergangenen Tagen wieder zu Recht darauf hingewiesen, wie wichtig die direkte Begegnung für junge Menschen ist. Das ist ja ein Drama dieser Pandemie, dass wir den jungen Menschen nicht so weit Normalität geben können, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, dass die ein einigermaßen normales Sozialleben haben. Kinder können keine Freunde treffen, Maturanten können keine Matura-Bälle machen. Das sind massive Einschränkungen. Und unsere Konzepte zielen darauf ab, dass wir wirklich ein Minimum an Begegnung ermöglichen, ein Maximum an Sicherheit geben. Wie genau wird der Schichtbetrieb ausschauen? Schichtbetrieb stellen wir uns für die meisten Kinder so vor, dass eine Klasse in zwei Gruppen geteilt wird. Die eine Gruppe kommt am Montag, bespricht einen neuen Stoff, bekommt ein Übungsblätter mit oder Aufgaben, macht das am Dienstag zu Hause. Am Dienstag kommt die zweite Gruppe, bekommt diesen Stoff vermittelt. Und am Mittwoch kommt die erste Gruppe vom Montag wieder. Da wird der Stoff nochmal durchbesprochen. Wenn es Fragen gibt zu diesen Übungen, die zu Hause im Selbststudium, in den Hausübungen gemacht wurden, wiederholt und weiter vorgegangen. Was uns auch wichtig ist, wir wollen eine gewisse Flexibilität aber schon zulassen, vor allem im Oberstufenbereich, wo wir sehen, dass das Distance Learning mittlerweile sehr gut funktioniert in den Schulen, dass hier auch durchaus innovativere Modelle von den Schulen angewendet werden können. Was heißt, innovativere Modelle heißt das, dass die Oberstufen weiter im Distance Learning bleiben? Nein, das ist kein innovatives Modell, Herr Wolf. Das innovativ bedeutet, dass wir nicht in diesem strikten Reißverschluss zwangsläufig an einer HTL den Unterricht gestalten müssen. Hier kann es durchaus sein, dass eine Gruppe für zwei Tage einmal geblockt reinkommt und dann drei Tage Dinge, Theorie sich aneignet, aber im Werkstättenunterricht herin ist. Also hier müssen wir aufgrund der Differenziertheit unseres Schulwesens auch flexible Modelle zulassen. Das wissen die Schulleiterinnen und Schulleiter am besten, was hier pädagogisch adäquat ist. Was ist denn mit den Kindern, die jetzt zur Betreuung in der Schule sind? Das sind immerhin österreichweit knapp 15 Prozent, aber in einzelnen Schulen sind es auch viel, viel mehr. Was ist denn mit denen jetzt an jedem zweiten Tag, wo sie nicht in die Schule gehen sollen? Kinder, die Betreuung brauchen, Eltern, die Betreuungsangebote brauchen, werden das auch weiterhin bekommen. Das ist ganz wichtig zu betonen, bin ich dankbar für diese Frage, Herr Wolf. Das wird sich auch in dieser Woche, jetzt, in der kommenden Woche nicht ändern. Natürlich bekommen alle Eltern, die ein Betreuungsangebot brauchen, das weiterhin. Und alle Schülerinnen und Schüler, die nachher im Schichtbetrieb eine Betreuung brauchen, werden die vorfinden. Die sprichwörtliche Krankenschwester, die dann Dienst hat, muss sich keine Sorgen machen, dass sie ihr Kind natürlich auch an diesen Tagen in die Schule schicken kann, wo sie an sich aufgrund des Reißverschlusssystems nicht im Schulbetrieb, das Kind nicht im Schulbetrieb vorgesehen wäre. Ist eine Öffnung der Schulen in den nächsten Wochen eigentlich medizinisch überhaupt verantwortbar? Von den neuen Rekruten, die gestern in Wien beim Bundesheer eingerückt sind, waren sieben Prozent infiziert. Und zwar ohne das zu wissen. Das sind lauter 18-Jährige. Das wird jetzt bei Oberstufenschülern wahrscheinlich nicht wesentlich anders sein. Alle Experten warnen vor dem britischen Virus, das sich unglaublich schnell ausbreitet, möglicherweise gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und es gibt immer mehr Studien, dass gerade Schulen ein besonderer Problembereich bei den Infektionen sind. Kann man da wirklich aufsperren? Also ein Problembereich in besonderem Maße sind sie definitiv nicht. Das hat ja von Herrn Professor Wagner diese Studie in unserem Auftrag gegeben. Der hat auch nachgewiesen, dass die Infektion in etwa gleich ist wie in der Bevölkerung, sogar minimal geringer. Aber es ist ein Problem. Ich mag das auch nicht bagatellisieren. Die spiegelt natürlich Schule, spiegelt das Infektionsgeschehen in der Gesellschaft wieder. Deswegen auch, und das ist der Kern Ihrer Frage, Herr Wolf, ist es verantwortbar. Wir sagen ja. Und deswegen hat der Herr Bundesminister Faßmann das zustande gebracht, was noch kein Land in Europa hat, nämlich Tests für alle Schülerinnen und Schüler anzubieten. Wir werden weiterhin den Mund-Nasen-Schutz natürlich tragen müssen an den Schulen. Und mit diesem Schichtbetrieb wird es zusätzlich eine Distanz zwischen den Schülern geben, ein Distancing. Hier treffen wir alle Sicherheitsmaßnahmen, die möglich sind. Und damit glauben wir, eine Balance gefunden zu haben, wie gesagt, zwischen Bildungsanspruch und den notwendigen Gesundheitsvorkehrungen. Aber diese Tests, Sie der Herr Zkommend, die sind für Schüler und Lehrerinnen freiwillig. Warum darf ich in den nächsten Wochen in ein Museum oder in ein Theater nur, wenn ich einen Test habe? Und in der Schule darf ich den Test auch verweigern, darf aber in einen geschlossenen Raum mit 15, 20 anderen gehen für sechs Stunden? Ein wichtiger Punkt ist, dass wir es ja mit Minderjährigen hauptsächlich zu tun haben im Schulsystem. Wir brauchen die Einverständniserklärung der Eltern. Das sieht das Gesetz so vor. Da können wir vom Bildungsministerium auch keine andere Regelung treffen. Die könnte nur der Gesundheitsminister treffen. Deswegen ein Angebot an die Schülerinnen und Schüler. Aber, und auch das betone ich noch einmal, es ist auf jeden Fall Maskenpflicht an den Schulen in der Unterstufe, in der Oberstufe, Distancing. Auch wenn jemand den Test nicht machen sollte, wovon wir nicht davon ausgehen, dass das eine große Zahl sein wird. Wenn jemand den Test nicht machen sollte, gibt es diese Präventionsmaßnahmen ohnehin. Wir gehen aber davon aus, nachdem es ein sehr einfacher Test ist, der wirklich sehr, sehr simpel, im wahrsten Sinne des Wortes, kinderleicht ist, durchzuführen ist, dass das ein sozialer Event auch sein wird für die Schülerinnen und Schüler, dass sie das gern machen. Ich habe das selber durchprobiert. Das ist so wie ein kleiner Versuch im Chemieunterricht. Und das kann man sehr gut in den Schulbetrieb einbauen. Da werden wir sicher einen Erfolg landen. Sektionschef, ich hätte noch zwei, drei Fragen, würde ich aber, weil wir schon über der Zeit sind, um kurze Antworten bitten. Die Infektionszahlen sind ja in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Kann es sein, dass es zu regionalen Unterschieden kommt bei der Schulöffnung? Das sehen wir jetzt derzeit nicht vor. Der Stichtag ist für 25. jetzt einmal für alle Länder vorgesehen. Mit diesem Schichtmodell treffen wir für alle Länder auch dann entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Mit den Testungen treffen wir auch dieselben Maßnahmen. Was die weitere Entwicklung bringen wird, werden wir uns anschauen müssen. Ganz viele Lehrerinnen und Schüler sagen, nach diesem Schuljahr, nach diesem ganz speziellen Schuljahr, kann man keine sinnvolle Zentralmatura machen. Das Ministerium will trotzdem daran festhalten. Warum? Wir haben hier bereits Vorkehrungen getroffen im Herbst, damit die Maturantinnen und Maturanten wirklich Planungssicherheit haben. Und Mathematikmatura, das ist ja der Kristallisationspunkt an der Zentralmatura. Es wird die Jahresnote wieder einbezogen. Das ist sozusagen Leistung und am Jahr wird honoriert. Es gibt ein Best-of-Modell. Das heißt, dieses Matura-Beispiel bei der Mathematura, wo man am schlechtesten abschneidet oder wo man gar nichts weiß, wird nicht gewertet. Und wir haben eine Verlängerung der Arbeitszeit für die Maturanten. Und damit die Matura überhaupt gelingt, haben wir auch im Vorfeld schon jetzt sehr viele Maßnahmen gesetzt. Zwei wichtige. Es gibt zwei zusätzliche Förderstunden für alle Maturaklassen. Ja, da werden wir zusätzliche Angebote anbieten. Und die Matura wurde ja bereits drei Wochen nach hinten verlegt. Wir hoffen, dass wir nach Ostern nach und nach in doch einigermaßen Normalität kommen und geben den Maturanten damit mehr Zeit, sich wirklich gründlich auf die Matura vorzubereiten. Gut, Matura beginnt am 20. Mai. Letzte Frage noch. Sie sind ja auch für die Universitäten zuständig. Wann können denn die wieder normale Lehrveranstaltungen durchführen? Die Universitäten sind natürlich in einer ganz anderen Gemengelage. Hier haben wir es mit erwachsenen Menschen zu tun, die mit dem Distance Learning auch anders zurende kommen. Hier werden wir in der Tat darauf warten müssen, dass die Impfungen greifen und auch die mit der Teststrategie schauen, dass wir vielleicht Laborübungen, kleine Präsenzveranstaltungen hier doch mehr unterstützen können, damit auch hier ein Studienabschluss bzw. der Abschluss des Studienjahres gut gelingt. Das heißt aber, wenn ich Ihnen zuhöre, dann bleiben Vorlesungen bis zum Sommer digital? Werben sicher vorwiegend digital sein müssen. Davon gehen wir aus. Herr Sektionschef Netzer, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich bedanke mich. Danke, Herr Wolf.